Mirko Möller, klar ist es später, wenn man so verliert, so kurz vorhin zu haben. Trotzdem, kann man irgendwas Positives aus dem Spiel fürs Nächste mitnehmen? Ja, ich glaube, recht viel. Wir haben über weite Strecken recht gut gespielt. Ich glaube, wir haben im Grossen und Ganzen mehr vom Spiel gelassen. Wir haben gut Druck machen, vor allem im letzten Drittel und ein paar gute Chancen in der Overtime. Ja, es gibt noch lange Serien, ja. Man muss aber aufpassen, dass man vielleicht nicht zu viele Emotionen reinbringt. Man hatte das Gefühl, es waren fast viele Emotionen drin. Ja, man will natürlich keine Strafe holen. Aber andererseits will man schon am Limit spielen. Es geht um César und es wird noch nichts geschenkt. Mir haben die Emotionen gefallen. Ich glaube, es ist relativ fair geblieben. Ich habe viel dreckiges Zeug oder so. Ja, also ich glaube, so kann es weitergehen. Herzlichen Dank. Das ist ja noch gar nicht. Ja, das ist doch mittlerweile. Ja, ich bin der Welt. Ich bin der Welt.